Ja, heute auch ein Beitrag der Firma Genesis, da werden wir demnächst einen schönen Block haben mit einem neuen Teich und Umzug von Jumbo-Koi. Aber zunächst etwas, was einem Kunden von Genesis passiert ist. Ritschi, du blendest mal bitte das erste Bild ein. Sie sehen hier einen Riesenstein in einem nagelneu gebauten Genesis-Teich. Was ist passiert? Er war angebunden und Sie sehen es nachher gleich, das ist ein Stein, der sollte quasi als Treppe in den Teich reingelegt werden. Und er wurde auch reingelegt, nur von etwas zu großer Höhe. Er wiegt circa eine Tonne und hat im Prinzip einmal oben die Wand zerschlagen. Das sehen Sie hier schön. Wenn wir ein Bild weitergehen, dann sehen Sie, wie es den Rand verbogen hat. Ich glaube, man kann von Glück sagen, dass er da nur so entlang getitscht ist, den Rand nur gestreift hat. Sonst wäre wahrscheinlich der Schaden deutlich größer gewesen. Und wenn wir noch ein Bild weitergehen, dann sehen wir es von oben, wie richtig der Teich von dieser Querverstrebung abgerissen wurde. Die Querverstrebung ist ja, um dieser Form Stabilität zu geben. Und wenn wir noch ein Bild weitergeben, da sehen wir dann, wie es repariert wurde. Und das ist einer der riesenhaften Vorteile von dem Produkt PE. Das kann man quasi auf alle Ewigkeit immer wieder anflicken, erweitern, machen, tun. Und das ist auch der Grund, warum Genesis sich für diese 1 cm starke Platten entschieden hat. Weil da natürlich schon nochmal eine ganz andere Stabilität drauf ist. Und man auch nochmal ganz anders die Möglichkeit hat, hier irgendwann mal was auszubessern. Oder, wenn man möchte, den Teich um eine Flachwasserzone zu erweitern. Und es gab schon einige Kunden von Genesis, die dann später gesagt haben, Mensch, ich will hier nochmal ein Stück erweitern und noch eine Flachwasserzone. Und das ist ja hier gar kein Problem. Wenn wir ein Bild weitergehen, dann sehen wir den Stein, der so gehauen wurde, dass er quasi als natürliche Treppe dient. Was auch toll aussieht. Nur mit den ganzen Treppen im Keuteich muss man immer aufpassen. Das wird hier genauso sein, auch wenn der Stein oben bruchrau ist. Wenn da mal Alpen drauf sind und Bakterien, so die typische Teichpatina, dann sind die natürlich klitschig ohne Ende. Und darum ist es eigentlich das Einzige, um rein und raus zu gehen, empfiehlt sich, so eine Schwimmbadleiter reinzumachen, weil man da einfach direkt senkrecht oben drauf tritt und nicht so einen Schritt nach vorne macht. Und der Schritt nach vorne, der kann einem da halt immer zusetzen. Ich habe auch gefragt, was im Boden passiert ist. Und das Glück war wohl, dass schon ein bisschen Wasser drin war. Das nimmt natürlich schon mal ganz schön Wucht weg. Und leider ist kein Bild geschossen worden, wie der Teichboden aussah. Aber der hat es wohl unbeschadet überstanden. Der ist nur ein bisschen verformt worden. Und das ist halt auch wieder dem PE geschuldet, was eine unglaublich hohe Duktilität hat. So, aber es ist natürlich kein Grund, ein PE-Teich zu bauen, aus Angst. Es könnte beim Bau ein Stein reinfliegen von einer Tonne. Das war natürlich bei Genesis auch Generalprobe. Also, vielen Dank an Genesis, dass wir das Unglück haben auch sehen dürfen. Als nächstes, lieber Richi, machst du den Teich von Kalle. Kalle hat einen Traumteich, super gigantisch, genial. Hätten Sie eigentlich gestern schon sehen sollen. Aber wir haben hier gerade ein Problem im Netzwerk. Und da hat es gestern zwei Dateien auf den Chris. Sorry Chris, falls du dir den Blog anschaust. Du hättest gestern schon drin sein sollen. Bist dann morgen drin. Und da hat es die zwei Dateien zerspult. So. Ja, der zweite Teich, den wir Ihnen heute zeigen wollen, ist eine Perle. Eine Perle aus Bremen. Sie kommt von Kai. Und aus Weihe bei Bremen. Kalle. Da habe ich Kai geschrieben. Ich habe aus Koi und Kalle, habe ich Kai gemacht. 15 Koi von 40 bis 80 Zentimeter, 35.000 Liter. Baujahr 2000, ein Bodenablauf 160. Wow. Wer im Jahr 2000 schon 160er Bodenablauf gemacht hat, der hat Ahnung von der Strömung. Einmal Trommelfilter, einmal zweimal 40er Highblow. Einmal UVC, einmal GAM 120 Watt. Eine Lin 0,1, 29.000 Liter. Dreimal 110er Rücklaufleitung. Eins Kimmer 110. Japan-Watten, eine Filterkammer. Zwei Filterkammer, 17er Helix. Das hört sich alles sehr vernünftig an. Und wir starten das Video jetzt. Sieht vor allem mega geil aus, der ganze Garten. Und jetzt warten Sie mal auf den Koi-Teich. Das ist ein richtiges Schmuckstück, dieser riesen Ahorn. Und dann den ganzen Teich richtig geil eingepflanzt. Jetzt mit sehr vielen Blüten. Und das ist wirklich Ruhe. Also der Teich, der hat richtig im Garten seine Stabilität. Der hat den idealen Platz. Auch die Steine seitlich richtig mega geil. Und man sieht, richtig schöne große Fische. Und auch schöne Fische. Also aus dem Jahr 2000, denke ich, schwimmt da nicht mehr viel drin. Da wirst du wahrscheinlich hier und da mal einen abgegeben haben. Und auch 15 Koi auf 35.000 Liter. Ist eine relativ geringe Stückzahl. Ein dünner Besatz. Und du hast sogar sehr schöne Fische. Der Giro gefällt mir sehr gut. Der Sanke, der jetzt rechts aus dem Bild schwimmt. Das Wasser sieht schön aus. Es sieht ein bisschen strömungsarm aus. Wobei, so wirklich beurteilen kann man es nicht. Ich sehe nirgends eine Luftblase. Doch da vorne schwimmt eine. Aber das passt alles schon sehr gut. Das Wasser ist auch schön klar. Und jetzt geht es wahrscheinlich zum Filter. Hier und da noch eine kleine Sitzecke. Oder zeigst du uns deinen Filter gar nicht. Es geht zurück zum Teich. Also das Ufer ist toll gemacht. Mit den Steinen. Mit den vermoosten Steinen. Und das Wasser kann auch dahinter fließen. Und auch hier nochmal zum hundertsten Mal. Lassen sich da von niemand einreden. Dass da hinten dann sich tödliche Bakterien bilden. So funktioniert die Natur nicht. Da würden alle Fische in allen Flüssen und Seen dann sterben. Es ist höchstens, wenn man sich mal einen pathogenen Keim eingefangen hat. Dass er dann vielleicht schwieriger ist, aus dem System wieder auszutragen. Aber das wird nie die Ursache für kranke Koi sein. Und hier sehen wir es nochmal aus der anderen Perspektive. Mit dem Licht gefilmt. Das ist wirklich ein schöner Bestand, ein ruhiger Bestand. Ein dünner Besatz. Muss man sagen. Aber richtig toll. So. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es zum Filter geht. Kalle, was tust du? Also die Kameraführung dürfen Sie gerne ein bisschen langsamer machen. So. Oder der Filter ist unter dem Deck und Kalle wollte es nicht aufmachen. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Aber die Bepflanzung ist wirklich geil, auch mit diesen vielen Buchs. Da kann man dir nur wünschen, dass du niemals den Buchsbaumzinsler bekommst. So. Hier scheint die Filteranlage zu sein. Sehen Sie, die kann man auch richtig schön weit weg machen vom Teich. Er hat einen 160er Bodenablauf. Er erzeugt weniger Druckverlust wie 200er Bodenabläufe. Und dann kann man den Filter auch schön ein paar Meter vom Teich weg machen. Und so, dass man vernünftig rankommt. Also, das war Kalles Beitrag. Vielen, vielen Dank. Toller Teich, alter Teich. Sehr alter Teich sogar. Und ein ganz, ganz, ganz toller Garten, der sicherlich den ein oder anderen hier und da inspiriert. Den zweiten Teich, den wir Ihnen heute zeigen wollen, kommt von Daniel. Und Daniel schreibt uns, Teich 16.000 Liter, Filter 2.000 Liter, 17 Keuze zwischen 35 und 75 Zentimeter, drei Frösche, Smiley, Luftpumpe 60 Liter pro Minute, UVC, 40 Watt Amalgamrohpumpe, Brutto 30.000 Liter, 300 Liter Helixgröße, KKL, 13 plus Bürsten von Genesis. Und wir schauen uns jetzt das Teichvideo an. Es geht 3,46 und wir sehen auch einen Teich, der in kleinem Garten entstand, aber von der Größe her genau richtig ist. Vorne zwei liegen, mehr braucht es nicht. Von oben sieht man schon, den Fischen geht es gut. Und das Wasser sieht sehr schön aus, sehr organisch. Das ist häufig bei Bürstenfilterwasser so. Und jetzt nähern wir uns dem Projekt an. Und ist das nicht schön, wenn wir jetzt endlich mal sommerliche Teiche sehen? Sumpft oder Blume. Und das Wasser sieht wirklich schön aus. Die Yamabuki sehen natürlich in der Sonne besonders schön aus. Du scheinst Yamabuki und Gelb zu lieben. Und wer nuckelt wieder am Finger, der Karashi, ganz klar. Auch keine Algen im Teich, keine Ahnung wie du behandelst. Mit Salz wahrscheinlich nicht bei den vielen Pflanzen. Das ist ein hübscher Goschki. Irgendein Kinki Matsuba. Kinki Utsuri, Kinki Matsuba, Kinki Utsuri. Aber ich habe beim ersten Mal schon gemerkt, da passt was nicht. Matsukawa Wake, ein großer. Könnte auch ein Kagishiro Utsuri sein. Und keine kleinen Koi drin. Alle mehr oder weniger in der gleichen Größenklasse. Wenn Sie jetzt mal reinschauen und sehen, wie sich die Wasserpflanzen spiegeln im Wasser. Also das Wasser sieht schon für die Koi-Haltung absolut vorzüglich aus. Und auch von den Koi sonnert sich keiner ab. Sind wir richtig agil. So, da haben wir genug gesehen. Dann schauen wir uns jetzt das Video zum Filter an. Und da sehen wir wieder aus Regentonnen aufgebaut. Eine Runde als Vortex, als Absetzfilter. Und dann noch ein paar eckige als Bürstenfilter. Und in der Mitte noch ein Bürstenkranz, dass das, was sich nicht absetzt, in den Bürsten noch möglichst hängen bleibt. Weil unten sehen wir, dass sich ganz schön Schmutz absetzt. Aber man sieht, wenn Sie da genau hingeschaut haben, dann sehen Sie auch, dass einiges unten an Dreck mitgerissen wird. Das bleibt also nicht überall liegen. Sondern erst da, wo die Einlaufrohre reinkommen. Pass mal auf, Ritschi. Du gehst mal zurück zu Sekunde... Sekunde 21 stoppst du mal. Dann muss ich aber ausstoppen. Und da sehen Sie sehr schön, dass der Schmutz nur unter den Rohren stattfindet. Weil da findet eine Turbulenz statt. Da wird das Wasser wahrscheinlich oben schneller und unten ruhiger. Irgendwas passiert zumindest mit der Strömung in dem runden Behälter. Dass da unten sich der Schmutz absetzen kann. In den anderen Bereichen wird er mitgerissen. Und wenn Sie sich den Vortex anschauen, der ist einfach für drei Zuleitungen und eine 30.000er Rohpumpe netto, dreht das viel zu schnell. Und das war wahrscheinlich auch das Problem, dass hier zu viel Dreck dann in die nächste Filterkammer kam. Und deshalb wurde oben nochmal der Bürstenkranz nachgerüstet. Also für 30.000 Liter, wenn man einen sehr guten Sedimentationsabsetzeffekt in einem Vortexfilter haben wollte, müsste der wahrscheinlich den doppelten Durchmesser haben. So, wir gehen weiter. Starten wieder bei Sekunde 21. 17,3 Grad hat es. Hier erfährt man nur alle drei Sekunden, wie die Strömung ist. Und das sieht man, das ist viel, viel, viel zu hoch. Also wirklich von Sedimentationskammer kann man da nicht mehr sprechen. Du kannst mal spaßeshalber hergehen und nur die halbe Pumpenleistung. Und dann wirst du merken, dass sich viel mehr darin absetzt. Aber kann es natürlich auch nicht sein, dass man zugunsten des Absetzens den Teich nicht mehr oft genug umwälzt. Hier, Genesis Bürsten. Da bleibt auch noch relativ viel drin. Sieht aber auch so aus, als hättest du sie eine Weile nicht sauber gemacht. In der nächsten Kammer ist dann schon säuberer. Das heißt, dass die Kammer zuvor ganz gut funktioniert. Übrigens kann man mit so einem Vortexfilter schon einiges rausholen an Schmutz. Das ist unglaublich. Und wenn wir noch eine Kammer weitergehen, dann sehen wir hier das Helix KLL13, ist es glaube ich, was du geschrieben hast. Und da ist halt immer die Frage, kriege ich das vernünftig durchströmt oder nicht? Das sieht immer einfach aus und man denkt, alles ist gut. Aber häufig werden die Kammern wirklich ineffektiv genutzt. Man versucht es maximal an Material reinzubringen. Aber genauso wichtig wie die Menge des Materials ist die Anströmung. Haben wir in letzter Zeit öfters mal gesehen. Und hier, wenn du eine 30.000er Pumpe auf eine UV-Lampe drücken lässt, kann ich dir versprechen, wird die Desinfektionsrate, du hast glaube ich geschrieben, du hast eine 80er Amalgam. Das ist viel zu wenig Bestrahlungsstärke für diesen hohen Volumenstrom in diesem kleinen Behältnis. Da könnte es auch mal sein, dass du die Algenblüte bekommst und dich wunderst, dass du sie kriegst, weil du ja UV drin hast, aber die wird einfach nicht effizient genug abgetötet. Aber handwerklich eine tolle Anlage und du hast auch ein starkes Wasser. Das ist halt dem Bürstenfilter und auch der Sedimentationskammer geschuldet, weil da natürlich schon auch viel Organik im Wasser bleibt. Aber du trotzdem die Schmutzpartikel effektiv zurückhältst. Daniel, vielen Dank für deinen Beitrag. Gefällt mir. Und als dritten Teich schauen wir den Teich von Thomas an. Thomas hat auch viel geschrieben, aber wir haben ja gesagt, dass wir jetzt nicht mehr alles durchlesen. Das ist a bit too much. Und er schreibt gerade dritter Versuch, das wird sich ein bisschen enttäuscht dann. Aber Thomas, du hast gesehen, wir haben jeden Tag uns drei Teiche ausgesucht und es ging einfach nicht mehr. Wir können auch nicht nur Kundenteiche zeigen, also auch für alle anderen, die ihren Teich jetzt geschickt hatten. Bei manchen waren einfach die Daten nicht so, dass wir sie verwerten haben können. Aber seien Sie mir bitte nicht böse, dass wir nicht alle haben zeigen können. So, jetzt hole ich mal hier kurz die Rahmendaten raus. Der Teich hat 20.000 Liter, zwei Bodenabläufe und an der tiefsten Stelle von 1,70 Meter und einer Flachwasserzone von 0,7 Meter und einen Skimmer. Also zwei Bodenabläufe, ein Skimmer, 20.000 Liter. Das passt, 27 Fische sind drin. Und er fragt noch ganz zum Schluss, muss eine Belüftung 24 Stunden am Tag laufen, obwohl die Messung genug Sauerstoff ergibt? Ja, muss sie, weil du hast ja auch irgendwo, glaube ich, deinen Wert vom freien CO2 angegeben. Und der liegt bei 15 Milligramm pro Liter. Bei 23 Milligramm ist bei Karpfen so die Obergrenze, wo man sagt, da wird es irgendwann ungesund. Und das ist das Schwierige an der Belüftung. Man darf nicht immer nur den Sauerstoff im Auge behalten, sondern auch CO2 ist ein Gas, das übersättigen kann. Gerade bei dicht besetzten Teiche. Und wenn du dann die Belüftung zugunsten des Sauerstoffs ausmachst, weil du sagst, du willst nicht überbelüften, dann hat es einen Anstieg des CO2 zur Folge und ein Abfallendes pH-Werts. Also es ist eine recht komplizierte Geschichte, aber ich sage, man sollte sich bei der Belüftung am Sauerstoff orientieren und da einfach kontinuierlich 24 Stunden reindrücken. Wir starten das erste Video, geht es 1,44. Er zeigt uns kurz den Ablauf. Der Teich wurde so übernommen. Dann wurde er einmal erweitert. Dann sah er so aus, der klassische Gartenteich. Dann wurde ein Keu hinzugesetzt. Und dann wurde die Filteranlage gebaut, beziehungsweise geplant. So sieht es bei den manchen aus. Dreidimensionale Planung. Die Stelle, wo er hinkommt. Mit Markierungsspray. Und dann wurde der alte Teich abgerissen. Und wieder mit Schippe und Schubkarre dann quasi neu ausgehoben. Es mussten ja dann Bodenabläufe eingebracht werden. Hier schön gemacht. Keine 45 Grad Bögen, sondern immer schön mit Weidenbogen gearbeitet. Und dann alles schön ausgekleidet. Die Durchführung gemacht. Und wie es aussieht, hast du den Teich laminiert. Genau. Mit GFK ausgekleidet. Und dann schwarz gestrichen. Auch wieder verschiedene Tiefenzonen. Wahrscheinlich hast du deine Wasserpflanzen wieder mit übernommen. Sieht immer geil aus, wenn die dann frisch angestrichen sind. Wichtig ist, dass sie schön abgeschliffen sind. Dass da keine spitzen Nadeln rausgucken. Dann im Garten der Filter gebaut. Also wenn du das selber gemacht hast. Nicht schlecht. Und das sind mehr Kammerfilter. Und da haben wir jetzt, glaube ich, auch gleich nochmal ein separates Video dazu. Teich und Filter, wie er heute ist. Das G3,45. Das Wasser sieht fantastisch aus. Schöner, kleiner, schöner, feiner, dünner Algenbeschlag an den Wänden. Koi-Bestand unterschiedlichster Größe. Ich schätze mal, der Größte hat so 75, 80. Wobei der Ogern könnte ja über 80 haben. Die kleinsten sind so knapp über 30. Aber sind gut drauf. Und oben scheinst du einen seitlichen Reiherschutz zu haben. Und das Einzige, was ich jetzt sagen würde, die Strömung ist nicht die allerstärkste. Ist allerdings auch schwierig, wenn man viele Pflanzkübel im Becken hat. Dass man dann eine gleichmäßig starke Strömung reinbekommt. Deine Verrohrung ist geil, wo du mit dem Skimmer rauskommst. Da hast du wahrscheinlich auch irgendwann gemerkt, dass da, wo du ihn geplant hattest, dass er da im Windschatten von deinem Pflanzkörper ist, dass da nicht viel rauskommt. Und dann, warum drückst du mit deiner Rückleitung gegen das Skimmerrohr? Das war mir jetzt nicht ganz klar. Deine Koi sind etwas scheu. Also irgendwie, ohne da jetzt irgendwas davon ableiten zu wollen. Aber ein bisschen einen merkwürdigen Eindruck haben sie gemacht. Also hier kommen wir dann rein. Da kommst du wahrscheinlich in den Korb mit dem Skimmer rein, dass du da schon mal den groben Dreck abskimmst. Das ist eine gepumpte Anlage. Da wirst du wahrscheinlich den Grobschmutz von der Pumpe fernhalten. Und da sind wir in den Skimmer. Ja, deine Koi, guck, die schwimmen von dir weg. Die kommen nicht her und wollen fressen, sondern die sind so ein bisschen verschreckt. Hier dann die Tauch-UVC-Lampe. Und dann dein Bürstenfilter. Da sieht man auch mal schön, was so ein klares Wasser Bürsten machen können. Und nach den Bürsten kommen noch Schaumstoffmatten als Biofiltermaterial. Da würde ich immer Japanmatten vorziehen, weil sie einfach besser zu durchströmen sind, weil im Inneren von den Schaumstoffblöcken wird nicht viel stattfinden, weil da ja gar kein Wasser reinkommt. Und dann hast du hier auch nochmal Biofilter, welches Material erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Unten hast du deine Sensoren drin. Und wie so viele auch, ein KG-Rohr gelocht zum Siebrohr umfunktioniert. Und von da aus gibt es eine IKS-Anlage, Teichüberwachung und auch Steuerung, wenn man will. Und dann hast du deine Abflüsse. So, was zeigst du uns noch? Ja, eigentlich ist alles gesehen. Also, ich bedanke mich. Sorry, dass es erst aufs dritte Mal geklappt hat, Thomas. Aber immerhin, es hat noch geklappt. Tolle Anlage, dreimal umgebaut. Aber ich denke, so wie das aussieht, bist du jetzt am Ziel. Dankeschön. So, von Makoto kam heute auch wieder was. Und es sind nur noch wenige Tage, bis die Zucht losgeht. Bevor die Zucht aber losgeht, schauen wir uns zuerst ein Video an von ein paar wenigen. Aber sehr schön. Kutschaku und Genrin Shoba. Wir starten das Video jetzt. Die Kutschaku sind aus einer neuen Blutlinie. Aus einer, nicht neu, aber aus einer anderen Blutlinie, wie die, die wir bisher schon gesehen haben. Und Makoto hat es ja schon gesagt. Und ich habe es Ihnen übermittelt. Die Qualität der diesjährigen Kutschaku ist sensationell. Und ich bin gespannt, so dass wir den Jumbo Tosai reinbekommen, wie die qualitativ sein werden. Aber ich denke, das wird richtig, richtig, richtig lecker. Ich sehe auch bei uns hier in der Anlage, wie sich die Nisai Kutschaku nach dem Import entwickelt haben. Wie sie farblich stabil geblieben sind, wie sie hungrig sind, wie sie wachsen. Also das ist schon geil. Und die Shoba, da sehen Sie mal, welche Shoba Makoto mit unter anderem als die besten zurückhält. Die sind jetzt erstmal nichtssagend, aber haben tolle Körper, tolle Zeichnungsansätze. Alles, was fehlt, ist das Schwarz. Aber das wird noch kommen. Jetzt schauen wir uns das zweite Video an. Und im zweiten Video sehen wir weibliche Elterntiere. Und weibliche Elterntiere, die bislang noch nicht gezüchtet wurden. Er hat geschrieben, Wakai Oyagoi. Und Wakai heißt Jung. Und die wurden noch nicht gezüchtet, sollen aber zumindest zum Teil dieses Jahr gezüchtet werden. Um auszuprobieren, was kommt dabei raus. Häufig, wie ich es schon oft erklärt habe, Versuchszuchten, wo man jetzt gar nicht die ganz große Menge an Laich zurückhält, sondern erstmal geringere Mengen, um statistisch über die Anzahl der guten Nachkommen nachher hochrechnen zu können. Was wäre, wenn man den gesamten Laich großzieht oder deutlich mehr, dass man 50.000 oder 100.000 großzieht oder mit 50.000 oder 100.000 startet und nicht nur wie in den Versuchszuchten meistens mit 5.000 oder 10.000. Wir sehen gigantische Ojiba, die letztes Jahr aus Mitsukoshi zurückkam. Wir sehen einen riesen Karashi Goromo. Wir sehen geile Kuchaku Karashis. Ein komplett schuppenloser Karashi. Auch das wäre mal geil, wenn wir komplett schuppenlose Karashis züchten könnten. Hier einen Shirogoshki, der soll gezüchtet werden. Und einen Ai Goromo. Den hat ihn mal gekauft. Dreijährig. Und hat einen guten Kurs dafür bekommen. Einen wirklich guten Kurs. Und dann ist zwei Tage später Konishi gekommen und hat gefragt, ob ich den schon verkauft habe. Dann sage ich, nee. Dann sagt er, dann würde er mich darum bitten, dass ich ihn nicht kaufe. Weil er sieht in ihm ein sensationelles Elterntier. Heute ist er, glaube ich, sechs. Und schauen Sie den Körper an. Links unten schwimmt er jetzt gerade. Ein wirklich irrsinniger Ai Goromo. Hat ein ganz klein wenig Farb verloren. Das spielt aber nicht die Rolle. Aber er ist von der Farbe her auch wie so ein Sanke. So leicht Indigo. Hat so einen leichten Budokoromo-Eintatschlag, obwohl es ein Ai Goromo ist. Auch er hier war schon mal verkauft an Willi. Und der hatte sich oben die Schwanzflosse verletzt. Und Willi hat sich dann eh für einen anderen entschieden. Und da waren wir auch froh. Weil heute ist er Elterntier. So, jetzt muss ich kurz schauen. Dann haben wir noch, last but not least, the catch of the day. Ein Shusui. Auf dem ersten Bild weiß ich nicht, wie groß. Die waren aber alle so zwischen 38 und 40. Und schauen Sie sich den an. Man könnte ihn jetzt als langweilig bezeichnen. Oder man könnte ihn bezeichnen als ein außergewöhnlicher Shusui. Mit einer absolut perfekten Zeichnung. Er hat oben die Schuppenreihe, so eine Doppelreihe. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Beschuppungen. Und er hat eine 100% spiegelbildliche rote Zeichnung, die bis ans Rot hineinläuft und ganz leicht ins Rot hineingeht. Und dabei ist Makoto heute unter den Shusui. Mit dem besten Rot ist das häufig genauso der Fall. Die sehen genauso aus. Am Kopf hatte er damals noch nichts. Hat also auch noch kein Jaco ausgebildet. Und Sie kennen das ja von unseren Shusui-Selektionen, dass das Jaco irgendwann kommt oder auch nicht. Und so ging er als einer der Besten in Naturteich. Und auf dem nächsten Bild sehen wir, wie er zurückkam. Und das Jaco hat sich zwar noch nicht gebildet. Er war 57 cm groß. Damit einer der größten des Jahrgangs. Das Jaco hat sich noch nicht gebildet. Aber Sie sehen, in den Brustflossen war noch nichts. Machen wir beide Bilder nebeneinander. In den Brustflossen war noch nichts. Da kam was. Und in den Augen kam es langsam. Und so war anzunehmen, dass jetzt in den nächsten Jahren sich weiteres Rot im Kopfbereich bilden wird. Zumindest im seitlichen Kopfbereich. Das Rot am Körper, sensationell. Das ist genau dieses Goschki-Beni, wo es sehr, sehr selten ist. Wo Makoto auch mal in Modern Koimek von erzählt hat. Und das ist also insgesamt, außer dass man ihn jetzt vielleicht als ein bisschen langweilig anschauen könnte, war der Koi eine absolute Wucht, eine Ausnahmeerscheinung. Wir schauen uns jetzt das Video an, wie er aus dem Naturteich Hongo-Rue stark kam. Er wuchs auf 65 cm und damit auch einer der größten Chisui des Jahrgangs. Und wenn Sie als erstes auf den Chiemendeckel schauen, sehen Sie, das Rot, zumindest auf der einen Seite, ist am Kommen. Und oben gigantische Rückgratbeschubbung von der Farbtiefe her. Genau richtig schön dunkel. Hat einen gigantischen Körper, wieder bitte in Schleife, hat einen gigantischen Körperbau. Den Höcker, er wird Volumen machen, richtig gute Kopfform, passt alles, er ist schön lang. Schauen Sie den Glanz des Rots an. Also, den kann man als perfekt erzeugen. Hier ist auch, auf der Seite, lassen Sie mal das Schlussbild stehen, sind ein paar kleine Löchlein im Rot. Das auf dem Tohsein noch nicht war, das ist überhaupt kein Problem. Das ist jetzt kein Zeichen, dass er da sich auflöst. Das ist auch interessant, wenn Sie sich das Schlussbild anschauen. Er hat auf dem einen Auge, hat er das Rot noch, auf dem anderen Auge ist das Rot verschwunden. Aber auch das spielt keine Rolle. Für die rote Farbentwicklung hat er noch Zeit. Aber interessant, auf dem Auge, wo es Rot bleibt, hat er auch Rot am Chiemendeckel bekommen. Auf der anderen Seite hat er weder am Chiemendeckel was bekommen und hat zudem das Rot im Auge und auch in den Brustflossen verloren. Schauen Sie nochmal das Bild des Nisai an. Wenn man sich das anschaut, da ist komplett auf dieser Seite in der Brustflosse und am Auge das Rot verschwunden. Und auf der anderen Seite, jetzt schauen wir uns nochmal das Video an, ob er das Rot in der Brustflosse noch hat. Ne, da ist es auch verschwunden. Also das Rot in der Brustflosse hat sich nochmal zurückgezogen. Also man sieht, wie unfassbar schwierig die Vorhersage der Farbentwicklung von Koi ist. Das ist in manchen Fällen sogar fast unmöglich. Aber wenn ein guter Koi dabei rauskommt am Ende, ist es egal, ob die Prognose immer so 100% gestimmt hat. Übrigens kein günstiger Koi, alles andere als das. So, Richi, du machst da einen guten Vlog draus. Danke! Danke! Vielen Dank.